Oh, da kann ich hier hoch. Oh doch. Ja, komm, wir springen jetzt einfach mal 30 Meter in die Tiefe. Und Link überlebt das mit einer ganz kühnen Vorwärtsrolle. Jetzt kommt der andere wieder, aber der wird jetzt sofort sterben, wenn er ankommt, der keine Wichser. Yo, yo, wir machen komische Geräusche. Oh, ich bin geflasht, Mama. Ja, ihr werdet denken, oh, die Rätsel sind ja so einfach. Das könnte ja selbst meine 90-jährige Oma. Ja, ihr habt vollkommen... Ach, komm, hau doch nicht ab, nur weil ich dich einmal getroffen habe, du Spass, ey. Ich weich auf. Komm raus, da kletter. Alter, kletter doch da raus. Also, du bist so ein Spass, die Echsen, Missgeburtenvieh, ey. Ach, Alter, verzieht hier. Ja. Und Link schafft es auch wieder aus 40 Meter Höhe. Also, unbeschadet. So, aber das Geile ist, die Folge ist jetzt auch schon vorbei. Jetzt will ich jetzt sagen, Mann, du dummer Wichser! Jetzt hättest du den Endgichter doch auch noch machen können. Oh, das find ich jetzt voll scheiße von dir. Aber, nein. Ja, komm, schnuck ihn. Ich mach nochmal den Baul auf. Jetzt schnuck ihn. Ja, nimm ihn ganz tief rein. Oh, lass dich verschlucken. Bam, Junge! Also, wenn das wir das hier direkt hier kriegen. Da. Und? Das ging mir schon mal schief. Ach, deine Mutter, ey! Nein. Ah, guck mal. Wie sie schreit, ey. Die sieht aus wie so eine richtig geile Domina Queen. Ja. Leicht bekleidet. Mit einem absolut hässlichen Face. Hallo, mein süßer Link. Das sieht ja schon ein bisschen pervers aus. Besonders jetzt. Hahaha. Boop, boop, boop. Miau. Miau, miau. Miau, miau. Ich kann Krabbelmine gewinnen. Ja, her damit. Auf jeden Fall. Den will ich haben. Na komm. Ach, du scheiß Bitch-Teil da, ey. Das war schon mal verschwendet jetzt. So. Ach ja, leck mich doch an der Cojones, ey. Was ist das denn jetzt hier? Oh, der geht doch daneben, oder? Miau, ich geh daneben. Ah, fuck doch, die Oma, ey. Wie stell ich mich denn jetzt da hin? Komm, so geht's, 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 so geht's. Ja, brave Maus. Komm schon, komm schon. Nein! Oh Mann, was machst du denn? Das ist doch die... Fick doch die Oma, ey. So. So könnte es klappen, oder? Könnte es so klappen? Könnte es so klappen? Ja, ja, ja! Du bist doch so eine Hurengestalt, ey. Jetzt probiere ich das mal nochmal hier, so. Alter, willst du mich verarschen, Link, ey? Zu was bist du eigentlich fähig? Setzt das wieder mal gerade ab, du Mongo, ey. So. Der sitzt aber. Alter, du willst mich doch vollkommen veräppeln, ey. Alter, du verarschst mich doch richtig jetzt gerade, oder? So. Da komm, du Hure. Alter, das klappt doch schon wieder nicht! So, warte mal. Das wird klappen. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, der sitzt. Der sitzt. Der sitzt. Super. Jetzt haben wir noch einen Versuch, um das letzte Level zu schaffen. Das ist ja herz allerliebst. Oh, jetzt kommt wieder dieses Mongo-Wunder angeschissen, ey. Wir versuchen das jetzt einfach. Ach, komm, leck mich doch an der Eier! Ja, Willi. Das stinkt voll an der... Nein! Ach, Mann, so eine Scheiße! Nein! Irgendwie ist er doch preis. Ach ja, und da vorne ist übrigens Peter. Haha. Ja, das ist Peter. Hat sich was von seiner Pizzeria kommen lassen und snackt jetzt. sie gehen nicht besonders gut wie wäre es mit zehn rubin das stück 3 demo ja wundererbsen ich bin bei das musikalische vogelscheuchen genie wenn ich ein lied einmal gehört habe vergesse ich es nie mehr süßer ich wünsche ich könnte reisen um mal zu greifen oder lieder zu hören aber ich stecke hier fest ja komm dann spiel mir immer was vor lol eine wunderschöne melodie sie geht richtig ans herz lol nein scheiße ich glaube ich habe es wenn dir ein schönes lied einfällt komm her und spiel es mir vor ok spiele jetzt noch was anderes vor nein nein jetzt ist das die vogelscheuchen polka nein oh ich bin so ein noob da habe ich jetzt richtig gefällt